Mein Bub und sein Hund, das sind zwei richtige Wildfänge. Voll Energie und Lebensfreude. Ich schaue gerade auch bei beiden auf eine gesunde Ernährung. Darum gebe ich dem Hund jeden Tag FidoBoulette. Weil es eine gesunde Vollnahrung ist, mit viel Eiweiss und allen lebenswichtigen Vitaminen. FidoBoulette ist saftiges, mageres Fleisch. Und das hat er halt am liebsten. FidoBoulette mit Rindfleisch und Gemüse und zur Abwechslung mit Rindfleisch und Leber. FidoBoulette. Alle Hände haben es zum Fressen gegeben.